Von Norwegen über China bis ganz runter nach Australien. Viele Länder haben schon einen, nur wir hinken mal wieder hinterher. Braucht Deutschland auch einen Staatsfonds und wenn ja, welchen? Ich freue mich auf eine spannende Diskussion mit Professor Tim Böhnke von der Freien Universität Berlin. Wir haben ein spannendes Thema. Ein Thema, wenn man sich intensiv darauf vorbereitet, indem man auch sehr schnell merkt, dass es ein Thema ist, in dem man sich schnell verlieren kann. Man redet von Staatsfonds, von Bürgerfonds, von Zukunftsfonds. Und man hat den Eindruck, dass selbst die Politik die Unterschiede zwischen diesen unterschiedlichen Instrumenten gar nicht so richtig beherrscht. Kernthese ist ja im Prinzip ein Staatsfonds, ein investierter Staatsfonds für unsere Altersvorsorge. Das hört sich erstmal alles relativ einleuchtend an. Und bevor wir jetzt anfangen, das Ganze mal auseinanderzudröseln zwischen Bürgerfonds und Staatsfonds, vielleicht grundsätzlich mal die Frage, in welchen Ländern gibt es eigentlich heute schon Staatsfonds? Wenn man Staatsfonds jetzt wirklich als Staatsfonds betrachtet und den Bürgerfonds mausend vorlässt, dann eigentlich in relativ vielen Ländern. In der Regel sind es Länder, die ölreich sind oder andere Rohstoffe haben. Kuwait hat zum Beispiel relativ früh angefangen, in den 50er Jahren sowas aufzulegen. In Europa ist Norwegen, glaube ich, mit Abstand das prominenteste Beispiel für einen Staatsfonds, den auch alle haben wollen und von dem alle ganz begeistert sind. Aber auch die asiatischen Länder haben Staatsfonds, die dann ein bisschen anders ausgestattet sind. Da geht es dann eher darum, dass man strategisch investiert im Ausland, Firmen zu übernehmen zum Beispiel. Das ist auch eine große Debatte in Deutschland oder in Europa, wie man sich dann vor sowas schützen kann. Die haben aber auch Staatsfonds, die dann entsprechend dazu genutzt werden, um Devisen, Außenhandelsüberschüsse, die man entsprechend erwirtschaftet hat, anzulegen. Wenn man jetzt historisch mal zurückschaut, gibt es eigentlich sowas wie eine Geburtsstunde der Staatsfonds? Waren die Kuwaitis die Ersten oder kann man sogar noch weiter zurückgehen? Also die Frage ist, was ist ein Staatsfonds? Und natürlich gab es früher schon staatliches Vermögen, es gab schon Rücklagen und da ist halt das nicht so trennscharf. Und man muss schon sagen, dass so klassischerweise würde man die Staatsfonds der Kuwaitis sozusagen als einen der Ersten bezeichnen, der auch im größeren Stil diese makroökonomische Zielsetzung hatte, die ganz wichtig ist, um sie mit dem Staatsfonds eigentlich zu verbinden und nicht nur so klein klein. Man muss wissen, dass ja Deutschland eigentlich auch einen Staatsfonds hat oder sogar mehrere Staatsfonds. Aber das ist eine andere Baustelle. Eine andere Baustelle und es sind so ein bisschen Ansätze von Staatsfonds in Deutschland da für temporäre Probleme. Aber so einen richtigen großen Staatsfonds haben wir in Deutschland nicht. Warum kommt die Debatte jetzt in diesem Jahr auf? Hat das Friedrich Merz losgetreten? Also ich denke, in Deutschland haben wir mehrere Debatten und diese Debatten kumulieren sich immer in der Idee eines Staatsfonds. Es gibt die Idee, dass wir unsere deutsche Industrie schützen müssen vor Übernahme aus dem Ausland. Das haben die Franzosen auch gemacht, die Italiener auch gemacht, das hat alles nicht funktioniert. Aber da sagt man, wir brauchen einen Staatsfonds, um Handlungsspielraum zu haben. Dann gibt es die Idee, dass wir demografischen Wandel und Altersvorsorge, und dann gucken wir zum Beispiel nach Australien und Neuseeland oder auch Irland, die solche Staatsfonds hatten, die dann für die Kapitaldeckung der Altersvorsorge herhalten sollen. Und dann haben wir aber auch jetzt die Debatte Infrastruktur. Deutsche Infrastruktur zerfällt, wie können wir da Kapital bekommen? Und dann ist auch wieder die Idee Staatsfonds. Und im Endeffekt glaube ich, Staatsfonds ist erstmal ein sehr, sehr leerer Begriff, den wirklich alle mit unterschiedlichen Ideen füllen. Du hast für die Bertelsmann Stiftung vor einigen Jahren schon das Thema Staatsfonds untersucht. Du hast dir die globalen, unterschiedlichen Modelle angeschaut. Gibt es ein globales oder mehrere globale Modelle, bei der du sagst, das könnte eigentlich für Deutschland funktionieren? Also man muss beim Staatsfonds sehen, also erstmal, wie verwalten wir so einen Staatsfonds? Und dann kann man natürlich sagen, die Norweger machen das ziemlich gut. Da würde ich sagen, die haben eine Idee, wie man auch dann vielleicht noch unter entsprechenden gesellschaftlich gewünschten Rahmenbedingungen, zum Beispiel ethischen Investments, sowas investiert. Und das kann man machen. Das ist interessant. Du trennst auch sehr bewusst zwischen diesem Aspekt der Verwaltung und auf der anderen Seite den Aspekt der Finanzierung. Und ich glaube, das scheint bei dem Thema Staatsfonds auch ein ganz großer Unterschied zu sein. Die Norweger haben Energie, haben Öl, haben Erdgas. Die Deutschen sind smarte Menschen. Ja Gott, ich meine, wir haben Autos, wir sind im Maschinenbau gut, wir haben tolles Bier, können die Norweger nicht mithalten. Aber bevor wir eintauchen in diese Thematik Finanzierung und Verwaltung, wir haben vorher schon kurz gesprochen und wir haben die Grünen angesprochen. Die Grünen sagen, sie wollen einen Bürgerfonds nach dem norwegischen Modell haben. Aber die Norweger haben doch gar keinen Bürgerfonds. Genau. Versteht die Politik gar nicht, worum es geht? Das ist ja nichts Neues. Was fehlt dir in der Debatte? Du bist Wissenschaftler, du bist auf diese Themen mitfokussiert. Was fehlt dir in der politischen Debatte? Also ich will ja nicht sagen, dass die Grünen mit ihrer Idee falsch sind oder dass die Merz mit seiner Idee falsch liegt. Aber was in der Debatte einfach erstmal, glaube ich, fehlt, ist eine klare Systematisierung. Wissenschaftler lieben Systematisierung, ist auch super langweilig und so weiter. Aber in diesem Fall, glaube ich, ganz hilfreich. Weil es geht nämlich immer darum, wenn wir die Debatte Altersvorsorge haben, dann brauchen wir eine ganz andere Modelle, als wenn es um Infrastruktur oder Abwehr von chinesischen Übernahmen oder sonst was geht. Also insofern muss man, glaube ich, ganz klar sagen, was wollen wir? Was ist das Ziel? Wenn wir wissen, was das Ziel ist, welche Instrumente haben wir schon in unserem institutionellen Gefüge, die wir benutzen können? Haben wir Erfahrungen, auf die wir zurückgreifen können? Gibt es Erfahrungen in anderen Ländern, die ähnliche Probleme haben und gute Lösungen anbieten können? Und da muss man sagen, dass der Staatsfonds im klassischen Sinne wie der norwegische Staatsfonds eigentlich kein Vorbild sein kann für Deutschland, weil die Voraussetzungen einfach ganz andere sind. Und ich glaube, dass diese Idee Staatsfonds, also dieser klassische Staatsfonds, wenn man, wie er eigentlich besetzt ist, wie die Wissenschaft ihn versteht, eigentlich bewusst als Marketinginstrument oder Schlagwort benutzt wird, aber deswegen die inhaltliche Debatte sehr konfus geführt wird. Wenn man sich jetzt die Historie mal anschaut, selbst die jüngste Historie anschaut, bleiben wir kurz bei dem Begriff des Staatsfonds, dann sieht man, dass bei uns in Amerika sagt man immer, wenn der Staat kommt und sagt, I'm from the government and I'm here to help you, sollte man relativ schnell die Flucht ergreifen. Besteht nicht die Gefahr, dass bei einem Staatsfonds, wie sie zum Beispiel auch Irland hatte, die Regierung nicht irgendwann, wenn Schmalhans Küchenmeister herrscht, mal sagt, naja, wir haben doch einen Staatsfonds, bedienen wir uns doch eigentlich an den Geldern dort und stopfen mal die Haushaltslöcher. Also genau das ist ja in Irland passiert. Und zwar zu unserem Glück, zum Glück der Deutschen, muss man sagen, oder zu der Europäer und der Weltgemeinschaft, weil das ging um Bailing-out von Banken. Und die Iren hatten einen Staatsfonds, einen Pensionsfonds, wo es wirklich darum ging, Geld für die Altersvorsorge der Bevölkerung zurückzulegen und daraus eine kapitalgedeckte Rente zu finanzieren. Und dieser Staatsfonds wurde auch unter Auflagen der internationalen Gemeinschaft dann dazu benutzt, einen Teil der entsprechenden Folgen der Finanzkrise für Irland zu finanzieren. Und das muss man jetzt sagen, für das Ausland war es gut. Es ist auch gut, dass die Iren was zurückgelegt hatten. Es ist nun nicht da angekommen, wo es eigentlich ankommen sollte. Und da muss man schon, glaube ich, denken, dass wenn wir ein Altersvorsorgesystem haben, was in einem Staatsfonds investiert ist, dann ist das Vermögen immer dem Zugriff der Politik nicht vorenthalten. Also die kommen halt darauf zugreifen. Und Irland war ja im Prinzip nicht ein Einzelfall, sondern es gibt viele Beispiele, in denen die Staatsfonds immer mal wieder angezapft wurden. Es gibt viele Beispiele, wo staatliches Vermögen, was für gewisse Zwecke eigentlich zurückgelegt worden ist, für andere Sachen herhalten musste. In Deutschland hatten wir auch eine Kapitaldeckung in der Rentenversicherung. Die Rücklagen wurden sukzessive abgebaut. Wir haben in anderen Ländern auch Beispiele, wo wir dann entsprechend den Staatsfonds als Vermögen dann für andere Aufgaben herangezogen haben. Und auch die Norweger benutzen ihr Vermögen, um Haushaltslöcher nicht zu stopfen, aber ihren Haushalt zu finanzieren. Was bei denen aber gar kein Problem ist, weil das ist halt Ölgeld. Also da muss man halt auch unterscheiden. Das fehlt dann nicht für die Zukunft. Gibt es denn eine Möglichkeit, dem vorzubeugen, dass der Staat nicht die Möglichkeit hat, solche Mittel anzuzapfen? Und dann sind wir nicht mehr beim Staatsfonds. Dann sind wir eigentlich bei dem, was wir als Bürgerfonds bezeichnen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir vom IFO-Institut, von Clemens Fust hören oder von Friedrich Merz oder jetzt auch von den Grünen, die das dann manchmal Bürgerfonds oder Deutschlandrente oder irgendwie anders nennen. Und da geht es darum, dass zwar ein staatlich verwaltetes Vermögensprodukt da ist, aber jedes Individuum einen Rechtsanspruch auf das Geld hat, was da drin gespart wird. Das ist also ein staatlich verwaltetes individuelles Vermögenskonto. Und damit habe ich das Problem nicht. Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, durch diese Zuweisung einen Rechtsanspruch dafür zu sorgen, dass es nicht geplündert werden kann. Und einen Schritt weiter können wir denken, wir haben Riester. Vielleicht kann man das Riester-System ja vernünftig konstruieren. Und dann sind wir auch bei individuellen Vermögenskonten. Und dann ist die Frage, brauchen wir Bürgerfonds, brauchen wir Staatsfonds oder ist es einfach eine Idee, jetzt in der Politik eine verfahrene Situation zu punkten? Könnte man nicht sagen, dass die Idee von Riester ursprünglich eine gute war, aber ist letztendlich gesehen vor die Wand gefahren. Riester ist jetzt nicht unbedingt die größte Erfolgsgeschichte, die Deutschland hier auszuweisen hat. Aber ist das nicht ein gutes Beispiel, dass vor allen Dingen dieser Entstehungsprozess dieses Gedankens wichtig ist, weil wir den Grundstein für das legen, was uns in der Zukunft helfen soll? Wenn wir uns wirklich jetzt auf das Altersvorsorgeproblem konzentrieren, demografischer Wandel, wenn wir sagen, wir brauchen eine Kapitaldeckung, wir sagen, in Deutschland, der Großteil der Bevölkerung investiert kaum an Kapitalmärkten, wir wissen, dass wir für eine alternde Bevölkerung, die demografisch Wandel unterliegt, das Beste, was wir machen können, divers im Ausland zu investieren, um entsprechende Kapitalerträge zu sichern. Das ist dann der norwegische Gedanke im Prinzip. Das ist der norwegische Gedanke, der schwedische Gedanke, der dänische Gedanke. Man muss übrigens dazu sagen, auch für unsere Zuschauer, dass die Norweger und Schweden beide auch eine sehr hohe Aktienquote haben. Ich glaube, die Norweger und Schweden haben beide über 80 Prozent Aktiengewichtung in ihren Portfolien drin im internationalen Aktienmarkt. So zur Erklärung. Und wenn es wirklich die Idee ist, dass man es schafft, diese Teilhabe an Vermögen und Vermögensströmen in der breiten Bevölkerung zu organisieren, dann ist natürlich ein Bürgerfonds eine spannende Geschichte. Man muss aber dazu auch sagen, das sind zwar staatliche Produkte, also staatlich organisierte Anlagen von Aktien in Norwegen, aber das machen private Fondsfirmen. Ich wollte gerade fragen, also der Gedanke, dass jetzt Olaf Scholz auf einmal mein Vermögen verwaltet, würde mir Gänsehaut geben. Das ist jetzt nicht unbedingt der beste Finanzminister, den wir jemals hatten. Persönliche Meinung jedenfalls nicht wahr. Aber wer würde denn dieses Geld verwalten? Was ist wichtig an dieser Entscheidungsstelle? Also wir haben ja Beispiele für staatliches Verwaltungsvermögen in Deutschland, zum Beispiel in den Pensionsfonds. Und die Bayern machen das zum Beispiel und die underperformen alles, was es gibt. Und da ist die Frage, wollen wir das? Sollten wir es den Bayern nachmachen sozusagen, obwohl die Bayern ja sonst immer sehr gut sind in Sachen Wirtschaft? Das sind natürlich auch die Rahmenbedingungen, unter denen dann so ein bayerischer Finanzbeamter sowas machen darf. Aber da ist natürlich keine Erfahrung da. Und man muss dann schon sehen, dass diese Erfahrung, internationalen Kapitalmärkten gut zu investieren, eventuell nicht unbedingt deutschen Beamtenstuben ist, vielleicht auch noch nicht mal in der Bundesbank. Die haben auch andere Sorgen oder andere Aufgaben, sondern da muss man einfach sagen, wir wollen ja, dass die deutsche Bevölkerung an dem Teil hat, was halt sonst die obersten 10, 5 Prozent in der Bevölkerung eh schon machen. Und die haben keine Beamten, die ihre Portfolios verwalten, glaube ich zumindest nicht, sondern die lassen das halt von Spezialisten verwalten. Und man muss halt mit einer großen Masse an Vermögen hingehen und diesen Spezialisten geben. Und so machen es auch die Norweger. Und das funktioniert ganz gut. Und man kann ja dann Rahmenbedingungen setzen. Wenn ich mir jetzt die politische Debatte in Deutschland mal anhöre und die vielen verschiedenen Modelle, die vorgeschlagen werden aus der Politik, wie groß ist denn die Gefahr, dass die Politik das macht, also die jeweilige Partei, was in ihrem politischen Interesse ist und nicht unbedingt im Interesse derjenigen, deren Geld da letztendlich gesehen drin liegt? Ich würde sagen, das macht jede politische Partei im eigenen Interesse handeln, nicht im Interesse der anderen unbedingt. Ich denke, die Gefahr ist halt immer da, wenn man ein Vermögen hat. Und mit diesem Vermögen, wenn das nicht klar definiert ist, wem es gehört, dass die erste Generation an Politikern, die das einführt, das Modell, das noch mit guter Absicht macht. Und dann haben wir danach Populisten, unvorhergesehene Probleme, die nächste Finanzkrise oder sonst was. Und dann ist das Ersparte auf einmal weg. Und das ist, glaube ich, immer ein Problem, was wir haben. Jetzt passiert das, es geschieht ein Wunder und zur Abwechslung mal ein positives Sinn der Politik, Tim Bünke wird angerufen. Und Tim Bünke wird gefragt, Herr Bünke, was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir jetzt einen Staatsfonds machen, einen Bürgerfonds machen? Du stehst selber für ein Rücklagenmodell, wenn ich mich nicht täusche. Welches Modell schlägst du persönlich aus der wissenschaftlichen Sicht vor? Wenn wir einen Staatsfonds wollen, und das weiß ich nicht, ob wir das wollen, aber wenn wir einen wollen, dann wäre ein Spar- oder Rücklagenfonds das Sinnvollste, wo wir dann eine jetzt wirtschaftlich gute Lage nutzen können, um ein Vermögen aufzubauen, um das aber wirklich für zukünftige Probleme zum Lösen zur Verfügung zu haben. Ich glaube, wir haben im Moment viele Sachen, wo wir Geld investieren sollten in der öffentlichen Hand. Ich glaube, wir sollten unsere Infrastruktur aufbauen. Wir haben Probleme mit der Bildung. Wir haben keine Glasfasernetze, die funktionieren. Und in Berlin auch keine Flughäfen. Und es gibt halt viele Sachen, wo wir sinnvoll Geld einsetzen können. Und ich glaube, wir müssen jetzt nicht Geld einsammeln, um das dann für die Zukunft zurückzulegen, was uns dann jetzt ja fehlt. Wir würden damit ja auch die jetzigen Bürger belasten mit Abgaben, beziehungsweise mit irgendwelchen Subventionen. Das Geld würde auf jeden Fall aus dem System entzogen werden. Das heißt also, wenn wir einen Staatsfonds haben möchten... Du sagst das immer wieder, ich möchte direkt mal da einhaken. Also möchten wir denn jetzt aus deiner Sicht als Wissenschaftler, möchten wir einen Staatsfonds haben? Oder wie sollte das Thema auslaufen? Also als Wissenschaftler muss ich sagen, es gibt Probleme, die wir mit Staatsfonds lösen können. Was in der Politik diskutiert wird, Infrastruktur, Abwehr von chinesischen Übernahmen von mir aus, die jetzt glaube ich auch nicht mehr so die Rolle spielen, weil die Chinesen selber Probleme haben. Oder Altersvorsorge. Dann würde ich sagen, in keinem von diesen Szenarien sehe ich den Staatsfonds als das Mittel der Lösung. Bei der Altersvorsorge einen Bürgerfonds, der häufig mit dem Staatsfonds verwechselt wird. Also das finde ich schon. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Fonds brauchen, um Infrastruktur zu finanzieren. Das können Investitionsbanken besser. Wechseln wir mal die Seite und schauen uns nicht nur die verwaltende Seite an, sondern eben auch die Finanzierungsseite. Olaf Scholz sagt, naja, also eine norwegische Staatsfonds macht keinen Sinn. Wir haben kein Öl, wir haben keine Energie. Dann liest man wieder in den Medien, ja, aber Niederlanden haben auch kein Öl und Energie. Die haben trotzdem in den Staatsfonds. Man hat so ein bisschen den Eindruck, dass viele eigentlich gar nicht wissen, von was sie da eigentlich reden. Wie würde denn die Finanzierung, nehmen wir mal an, ein Bürgerfonds wurde kommen, wie würde die Finanzierung aussehen? Also das Einfachste wäre ja, wenn man sich anguckt, was machen wir jetzt zur Förderung der privaten Altersvorsorge. Zum Beispiel Rieselzulagen, Steuersubventionen für Riesel- und Rürup-Verträge. Das wären also die Standardgeschichten. Und dann ist es ja schon steuerliches Geld, was wir da investieren. Und das kann man natürlich nehmen und diese Subventionen dafür benutzen, entsprechende individuelle Vermögenskonten für die breite Bevölkerung zu etablieren. Das heißt, da sehe ich gar kein Problem, dass man das machen könnte. Aber in Deutschland wäre es halt immer aus den laufenden Mitteln vom Haushalt. Das heißt, es würde immer an anderer Stelle fehlen. Brauchen wir denn, ich glaube, das ist auch, kommen wir langsam dem Ende entgegen, brauchen wir denn in Deutschland in Anbetracht auch der Rentenproblematik, brauchen wir irgendeine Form von staatlich gestützten Fonds oder Bürgerfonds, der den Verbrauchern unter die Arme greift? Das ist meine feste Überzeugung. Meine feste Überzeugung ist, wir brauchen ein Produkt, das muss kein Bürgerfonds sein, das kann auch eine Neuauflage von Riester sein, wo man die Fehler vermeidet, die man jetzt bei Riester begangen hat. Ich glaube, wir brauchen für die breite Bevölkerung vernünftige Anlageprodukte, denen sie vertrauen, wo sie wissen, dass sie in der langen Frist davon profitieren, dazu investieren, um eine Kapitaldeckung in das umlagefinanzierte System für die gesamte Bevölkerung einzuführen. Und eines des Problems ist auch, Riester ist ja gar nicht für die gesamte Bevölkerung. Und der Bürgerfonds wäre ja idealerweise für die gesamte Bevölkerung. Jetzt hören wir viel aus der Politik zu diesem Thema. Mich würde mal interessieren, aus deiner Sicht, verläuft das alles wieder im Sand und es kommt letztendlich gesehen gar nichts? Oder glaubst du, dass diese Diskussion, die wir jetzt haben, tatsächlich zu einer Form von Bürgerfonds führen wird? Ich glaube, wir werden eine Form des Bürgerfonds bekommen. Ob das nun ein besseres Riester ist oder eine wirklich ganz neue Sache, das wird spannend. Ich glaube, hier muss man auch sehen, dass natürlich so ein staatliches Produkt, das darf nicht eine direkte Konkurrenz zu den privaten Anbietern sein. Und da muss man halt, glaube ich, aufpassen, auch wettbewerbsrechtlich. Das ist halt in Europa gar nicht so einfach, einfach so ein Produkt zu etablieren. Es gibt spannende Beispiele aus Schweden oder Dänemark auch. Da muss man aber sagen, die haben ein anderes Alterssicherungssystem. Die haben nicht dieses wismarckische System, das wir haben. Und deswegen, glaube ich, ist halt ein Copy-and-Paste aus dem Ausland nicht möglich, sondern wir brauchen für Deutschland schon eine relativ spezifische Lösung. Aber wir werden sie bekommen. Aber wir werden sie bekommen. Wir brauchen sie. Die Politik hat das erkannt, dass wir das brauchen. Und die Deutschen investieren einfach zu wenig in Kapitalmärkten. Wir haben keine Kultur. Also der große Teil der Bevölkerung hat keine Kultur. Was ja auch nicht schlimm ist, wenn man sich damit nicht auseinandersetzen möchte. Es gibt ja genug Spezialisten, die wir damit beauftragen können. Und bei genau da muss man ja sagen, brauchen wir halt eventuell solche Produkte, so ein Bürgerfonds, der Vertrauen aufbaut, um zumindest die ein oder zwei Generationen, die jetzt kommen, an diesen Vorteilen des Kapitalmarkts teilhaben zu lassen. Und zwar langfristig. Weil darum geht es ja. Es müssen langfristige Investitionen sein. Du hast jetzt ja gesagt, im Börsendeben in den Zwanzigern hat man in kurzer Zeit so alles mal mitgemacht und das muss man noch aushalten können. Und dafür sind solche Formprodukte natürlich auch das Richtige. Tim, ich sage vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön. Vielen Dank. So, guys, das war jetzt ein Talk der Goldenen Couch. Wir haben natürlich noch viel mehr zu bieten. Einfach hier abonnieren.